Hallo meine Lieben, mein Name ist Moody, heute zeige ich euch einen kleinen Ausschnitt aus meinem Song Träne, Piano-Version, viel Spaß. Eine Träne fließt als Beweis meiner Sehnsucht, frage mich warum du von uns gehen musst, warum diese Menschen mich verlassen mussten, Menschen, die das Leben doch zu schätzen wussten, Menschen, dessen Wärme ich jetzt nicht mehr spüre, Menschen, die nicht warten mehr vor meiner Tür, Menschen, denen ich gerne doch so viel erzählt hab, Menschen, die sich aufregten, wenn ich zu spät kam, Menschen, die Familie waren, Menschen, die in meinen Augen einen Bruder sahen, Menschen, die meine Mutter wie ihre sahen, Menschen, die gelacht haben, die glücklich waren, Menschen, mit denen ich so viel erlebt hab, unsere Kinder sollten spielen zusammen später, wir standen zusammen, wir fielen zusammen, ihr fehlten mir verdammt. Das war der Song Träne in der Piano-Version, bestellt euch die Sabrebox vor und dort drin findet ihr dann auch diese sechs Lieder. Peace. - Vielen Dank.